Alter, wie die Walle stinkt, ey. Das ist... Das ist ja unnormal. Sozial. Achso, ich war... Ja, warte, Walle kommt doch noch gleich. Der muss doch grad noch duschen, weil der stinkt. Sonst sifft er noch das Auto zu, wenn er sich reinsetzt. Ähm... Achso, ich wollte in den Gronkh gucken, wann er arbeiten muss. 17 Stunden. 17 Stunden. Ja. Dann kann er auch mal wieder ins Fitnessstudio gehen, der Gronkh. Kann er ein bisschen... Ein bisschen trainieren und so. Wäre super. Und der Rumpel, der kann ja wieder zu Lizzie. Das... Wenn sie da ist oder so. Ich meine, dass sie... Na, keiner da oder wat? Einig müsste einer da sein, wenn das Radio läuft. Ja, es sind... Rumpel, dein Einsatz. Kannst du ein bisschen... Mit Lizzie interagieren wieder. Wäre super. Das ist der Hund. Einfach... Du soll... Ich dreh gleich durch hier. Sag mal. Was geht? Ja, Alter, beruhig dich. Walle kommt doch gleich. Meine Herren, ey. Weiß... Vielleicht hat er auch auf Walle gewartet. Kann auch sein. Wer... Ähm... Moment. Wer ich jetzt Walle... Der eigentlich gar... Das ist ja gar nicht im Auto. Wo? Hä? Ach da, jetzt. Ähm, nochmal. Wer ich jetzt Walle... Und würde aus dem Haus gehen... Und Rumpel würde mir hinterher rennen. Was ich eigentlich falsch anhört. Aber... Na gut. Aber... Ja, wenn er mir jetzt... Wenn er denen jetzt hinterher gehen würde... Äh, ich als Walle würde doch sagen... Rumpel, bleib zu Hause! Ich geh nur arbeiten. Weißt du? Und ich würde da wieder... Ja... Falsch denken. Also im Sinne von... Ja, der soll ja nach Hause und nicht... Äh, soll ja wieder... Soll ja zu Hause bleiben und nicht... Und jetzt zur Arbeit folgen oder so. So denke ich gerade. Oh, ne Karte? Emma Hedge. Ach so. Joa. Gut, weiter geht's. Oh, Jungs. Ja, Rumpel, rennen wir auf die Straße. Obwohl dein Auto kam. Das ist... Sehr strange. Ja, es sind auch welche da. Und ich... Ist Lizzy auch da. Ja, die rannte da gerade. Ja, da rennt sie. Lizzy! Schöne Flirt-Mucke gerade. Passt zu Lizzy. Alter. Ich hab Angst wegen der Gamer. Ganz ehrlich. Da hab ich generell Angst. So. Lizzy! Süßer! Mensch. Freundlich. Was? Gestreichelt werden, ja. Naja. Der interessiert mich nicht. Lizzy ist wichtig. Ähm. Beschnüffeln. Auch die Lampe beschnüffeln? Ne, ne. Wäre ein bisschen strange. Naja. Freundlich. Anschmiegen. Freundlich. Kontaktknüpfen. Dann spielen. Rumblöden. So. Achso, der Gronkh ist ja fertig, ne. Macht ja so ein Fersiko. Ja, dann kann er auch mal Hygiene in die Höhe treiben. Obwohl, er geht ja auch gleich schon. Der kann ja eigentlich schon mal zum, ähm, Fitnesscenter. Und der muss ja erst 16 Stunden arbeiten, okay. Der kann ja eigentlich schon mal zum Fitnesscenter. Und dann kann er beim Fitnesscenter duschen. Der muss ja das nicht, dann kann er das da machen. Einfach. So spart man Wasser. Ne. So. Ich finde es so strange, dass man im Fitnesscenter nichts bezahlen muss. So. Was? Umarmen. Oh, das ist ja süß. Gut. Ähm. Keine GTA 2 Optik. So. So ist okay. Hier ist sie. Ähm. Machen die denn noch? Kann der Hund mal die Mucke ausmachen? Ach, schade, geht nicht. Weißt du, der... Weißt du, die, die Hunde, die können ja alles. Die können das Licht einschalten. Die können vom Licht die Farbe einstellen. Beim Whirlpool können, beim Whirlpool können sie die Farbe einstellen. Die können die Intensität der Farbe von der Lampen einstellen. Aber ein Radio, ein einfaches Radio können die nicht ausmachen, ne? Alter. Das tischte ich nicht. Ähm. Hm, ähm. Ronk, was machst du? Ähm, du, du, du sollst ins... Alter, du sollst doch... Wenn man da nicht hinterher ist, ne, denn... Oh, jetzt hat er wieder schon die Zeit verschwendet, Mensch. Der soll doch alles bis dahin gemacht haben. Bis dann noch 15, ne? Ja, 15 Stunden hat er nur noch. Beeil dich! Der Walle, der ist ja arbeiten. Der kann auch mal hart... Hart arbeiten? Hm. Der Spaßbrowser so kann auch mal hart arbeiten, so. Habe ich auch noch nicht gemacht. Dass die hier nichts bezahlen müssen, ins Fitnessstudio. Wenn ich ins Fitnesscenter gehe, dann muss ich eine Mitgliedschaft haben oder... Oder, ja, was bezahlen. Also, ich verstehe das hier nicht. Also, nein. Was soll es? Der muss ja sowieso hoch, ne? Ähm. Der kann doch... Hier ist so eine Badewanne, ne? Dann kann ich auch mal Bad gönnen. Einfach. Ja, natürlich. Man kann hier einfach mal an der fremden Badewanne rumbasteln, weißt du? Ja. Das... Wenn ich sowas machen würde an der fremden Badewanne, zum Beispiel, im Fitnesscenter rumbasteln würde... Mich würde man hochkantig rausschmeißen, ganz ehrlich. Mit einer saftigen Rechnung. Wegen der Badewanne. Dass sie wieder repariert wird oder so. So. Ab geht's hier zur Rumpel. Ach, die spielen da draußen. Das ist ja super. Da sind sie jetzt groß. Oh, ich finde das ist mir süß, wenn ich spiele, aber... Ah, das fehlt immer noch ein bisschen. Ich will das heute noch geschafft haben. Auf jeden Fall. Weil ich will doch mal wieder zu den... Ich will doch mal wieder hier rein. Den Haushalt spielen hier. Und... Würde ich gerne echt mal... Würde ich echt gerne machen. Ja... Ja genau, stellt euch mal auf die Straße. Alter, wie geht... Das... 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 Das geht doch nicht. Alter. Ähm... Ja, freundlich... Anbilden... Freundlich... Freundlich... Anschmieden... Freundlich... Takt knüpfen... Freundlich... Beschnüffeln... Und spielen... Rumblödeln... So... Warte, wie kann man auch verstr... Alter, habt ihr das gesehen gerade? W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w? Ähm... Ja... Ähm... Was ist... Was geht denn hier ab? Ich bin re... Ich bin mal... Ich bin Hirsch und geh mal spazieren. Ähm. Alter. Wenn man das hier so abtrennen oder so rund macht, dann sieht das aus wie von Jägermeister. Der Hirsch. Alter. Rennt hier erstmal ein Jägermeisterhirsch durch die Gegend. Sergeant Rumpel hat zum ersten Mal einen Hirsch gesehen. Er wird diesen Anblick der majestätischen Präsenz in seiner, ihrer wachsamen Haltung nie vergessen. Wachsame Haltung, das springt hier auf dem Gehweg durch die Gegend. Das ist ein Hirschfrosch. Weißt du? Der springt hier durch die Gegend wie so ein Frosch einfach. Ein Froschhirsch. Ein Hirsch. Oder ein Frosch. Ach man. Na gut. Weiter geht's. Oing, doing, 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 doing. Ja, ich, ich, der Hirsch brecht bald mein Springrekord. Ich habe schon 650 Sprünge. Yay. Das will ich gar nicht wissen. So. Ähm. Alter, wie weit die denn rennen, ey. Ach, die sind ja aber zu Hause, wa? Das ist ja super. Ähm. Haben die schon gemacht alles? Ich habe gerade den Hirsch bewundert gerade. Naja. Anschmieben. Anbillen. Kriterknüpfeln. Kriterknüpfeln. Beschnüpfeln. Umrundblöde. So. Ah, bald kam. Bald ist es nicht so weit. Also viel fehlt nicht mehr. Das ist super. Ich will das heute noch gemacht haben. Das ist... Wie sieht denn der jetzt aus? Wow. Gestresst ist der. Also angespannt. Wow. Naja, der braucht so viel Spaß. Also... Auf jeden Fall. Und... Hahn drang. Ist er schon baden? Tico, Tico, Poo. Achso. Ach, der muss auch bald arbeiten, ne? 13 Stunden. Okay. Das schafft er noch. Also... Das schafft er noch. Dann kann er mal ein bisschen... Hier hin joggen. Natürlich. So ist das Ding benutzen. So. Der Walle will im Pool sitzen. Was kann er nachher machen? Des Spaßens wegen. Und... Haben die jetzt schon wieder alles gemacht? Wie schnell geht denn das bitte? Lissi! Warte. Was? Och, nö. Das ist ja blöd. Warum geht Lissi nach Hause? Och, Mann. Ja, natürlich. Jetzt ist keiner da, ne? Wieso ist keiner da? Lissi ist doch da. Keiner da. Ja. Lissi ist da. Das ist ja blöd. Keiner da und das Radio läuft. Ach. Och, Mann. Ich hab's nicht bald so weit gehabt. Viel fehlt nämlich nicht mehr. Ach, das ist ja blöd. Und jetzt sitzt der da ganz verlassen und einsam. Der tut mir richtig leid. Der Rumpel. Dann kann er mal was futtern. Müde ist er ja auch nicht so. Zerstörung muss er denn noch? Kann er denn auch mal machen? Mach dir doch mal Licht an, Alter. So. Wenn ein Hund schon Licht anschalten kann, also, dann soll er das ja auch machen. Ne. Ich verstehe ja sowieso nicht, wie die das machen können, aber... Aber nicht im Whirlpool pissen können, ne? Nur auf Habe einstellen. Naja. Ah, der war da nicht gerade baden? Alter. Oh, der Walle kommt auch nach Hause. Boah! Ähm, was ist das denn? Was? Fri... Fredo. Ich hab gerade Pädo gelesen. Alter. Saraz hat heute 461 verdient. Das ist ja super. Heute ist ein Mega-Essen übrig geblieben und der Chef hat... Macaroni mit Käse gegeben. Ach, das ist ja super. Wo ja nichts kochen, war. Ähm, was. Eigentlich muss ich das kaufen. Ein Shuffleboard-Tisch. Äh, ich... Ne. Wo wisst denn ihr das hinzimmern, Alter? Hier ist auch gar kein Platz. Achso, jetzt muss ich erstmal in den Kühlschrank stellen, weil... Ähm... Warte mal. Äh, Inventar. Makaroni mit Käse, wunderbar. Das ist ja super. So. Ab im Kühlschrank damit. Ja, und da hat er ja auch, ne. Kann er gleich mal einen Teller von Essen einfach. Ne, er muss Waffeln essen einfach, weil... Ach, die haben so drei Sachen zum Essen. Alter. Der braucht unbedingt Spaß. Dann kann er auch mal in die... Dings steigen. Also reinsteigen hat er auch der da, ne. In Rollpo sitzen, genau. Reinsteigen. Genau. Rumpel. Du kannst noch mal so ein bisschen... Kau. Dann kann er auch mal wieder pennen. Achso, wenn du wieder atmest, ey. Wie die Zeit hier verpflichtet. Das ist ja Wahnsinn. Aufräumen. Genau. Das hat er sich nach dem harten Arbeiten mal verdient. Auf jeden Fall. Das ist schon mal super. Was? Angespannt. Überarbeitet. Ich weiß. Dann steigt er doch mal in den Pool ein. Also in den Rollpo einfach. In dem Rumpel nicht reinpissen wollte. Juhu. Was haben die? 7900... Alter. Kann man da vielleicht noch was machen oder so? Profigammler? Nee. Hat er schon was? Was hat er denn? Putzdrache. Achso. Putzdrache hat er. 7500 Stammgast. Nee. Merkmale ändern doppelt so... Entschlüssele die Merkmale anderer doppelt so schnell. Naja. Da des Büros ist eigentlich sehr gut. Auf jeden Fall. Oder? Deine geschäftliche Konversation ist effektiver als hier zuvor. Und deine Kollegen suchen deine Gesellschaft. Das hört sich super an. Dann hat er da wenigstens keine Probleme. Ja, der Rumpel. Was kann der denn nun machen? Ich... Keine Ahnung. Der kann einfach mal ein bisschen rumgammeln einfach. Alter, der ist immer noch an Trainieren. Der muss auch bei dir arbeiten, ne? Neun Stunden. Der hat ja noch Zeit, sich zu duschen und zu... Schiff. Nein. Ja. Er dauert noch ein bisschen, bis er einen Fähigkeitenbogen kriegt, ne? Alter, wie der stinkt. Wie der stinkt, ey. Alter. Wie der qualmt und stinkt und... Eine Stufe noch, Gron, komm. Die Zeit hast du noch. Alter, wie der stinkt. Oh, da würde ich gar nicht reingucken. Weil das so stinkt. Neat. Wow. Oh!